Die letzte Schalte des Tages ist durch die Krawatte, ist abgelegt. Zeit einmal, einfach so, zwischendurch Danke zu sagen an Thomas Hupp. Langjähriger Gesprächspartner, Interviewpartner an der Börse Frankfurt auf dem Fondkongress in Mannheim. Zurzeit, Corona-bedingt, eher in den Schalten. Ein toller, immer gut vorbereiteter Gesprächspartner. Nachhaltige Themen, wichtige Themen, aktuelle Themen hat er auf dem Schirm. Bringt sie klar rüber, immer informativ und in der Sache nah an den Börsen, an den Märkten dran. Respekt kann ich da nur sagen, so macht Kooperation Spaß. Und ich freue mich sehr auf viele weitere Interviews mit Thomas Hupp. In diesem Sinne, alles Gute.